Freunde, heute machen wir 24 Stunden in einer Grube überleben, zusammen mit Icky, was geht? Der Bogen gehört mir, haben wir hier einmal Opa Jenkins und Andy, was geht ab? Also Freunde, das funktioniert so, ihr drei geht jetzt in eure Gruben rein, so Opa Jenkins kommt mit, du einmal hier rein, So, Opa Jenkins kommt mit, du kommst hier rein, oh ich hoffe ich komm hier noch raus, perfekt, Icky, du kommst hier rein, doch, du musst, bam, Freunde, lasst schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut das Video bis zum Schluss, damit ihr nicht verpasst, wie cool das hier noch wird, so, ich habe hier drei Schaufeln, eure Aufgabe wird es sein, ey Opa Jenkins, du musst rein, hallo, rein da, nicht raus, so, wir wollen nicht, doch ihr wollt, Ey, was ist das denn jetzt hier? Also, der Gewinner, der am längsten überlebt, bekommt den Grand Prize, also den großen Preis, so Opa Jenkins, wohin gehst du hier? Ich will hier raus! Nein, du bleibst hier drin, also, hier sind die ganzen Gegenstände, die ihr für eure Grube gewinnen könnt, das habe ich aber in der Hand, wenn wir haben hier ein Glücksrad, einmal mit Ickys Gesicht Hä, Denti, da ist doch dein Gesicht drauf, du musst in die Grube! Äh, nein, wir machen, wir tauschen, du gehst jetzt rein! Denti muss in die Grube! Nein, ich muss nicht in die Grube, wir tauschen Opa Jenkins, du bist jetzt mein Gesicht, also, mein Gesicht ist für Opa Jenkins, wir haben die Regeln gerade geändert. Hä, das ist unschwer! Das ist nicht schummler, guck mal, ihr könnt einen Preis gewinnen, ich kann nichts gewinnen, also, so, da würde ich sagen, was verlosen wir als erstes? Ich würde sagen, ein Bett, wollt ihr Betten haben? Ja, ich will schlafen können! Endlich ein Bett nach zwei Jahren! Opa Jenkins kriegt sein erstes Bett, du, Andy, hast du Bock auf ein Bett? Ja, Mann, gib mal so ein Boxspringbett oder sowas, was recht teuer ist! Ganz ruhig, chill mal, so, ich würde sagen, let's go! Oh, ich habe die Null getroffen, da ist nix, so! Ey, ich putze ein Bett! Icky, ich habe dich getroffen, so! Ja, du kriegst ein Doppelbett! Doppelbett, du kriegst hier, nee, Icky, komm mal her! King Size! King Size? Nix gegen Size, du kriegst hier ein Strohbett! Was ist das denn? Das ist doch kein Bett! Platziere das jetzt in der Grube, du musst überleben! Hier ist es so... Ah, Icky! So, ihr kriegt schon mal eure Schaufeln, um später eure Grube zu erweitern, wenn ihr mehr Gegenstände bekommt. So, Opa Jenkins kriegt auch eine Schaufel! Und Andy kriegt... Ich habe noch eine Diamantschaufel hier, Andy, willst du Diamantschaufel? So, hier, let's go! Also, das nächste Bett für Andy! Ja, Mann, gib mir das King Size Bett! Wir haben hier keine King Size Betten! Wir haben ganz normale Betten! So, Icky... Oh Gott, Icky! Alter! Schlafe! So! Hier kriegst du dein Bett, Andy, zack! Ey, was ist das... Wie lange müssen wir hierbleiben? 24 Stunden! Hast du den Titel nicht gelesen, Icky? Von dem Video? Oh Gott, okay, ich verstehe! Wo ist mein Bett? Äh, leider sind alle Betten schon abgegeben worden! Du hast halt kein Glück, Opa Jenkins! Was soll das? Tut mir leid, so! Ich würde sagen, let's go! Machen wir weiter! Ähm... Was können wir nehmen? Ein Sofa habe ich hier zu Hause! Willst du jemanden ein Sofa haben? Icky, du vielleicht? Oh ja, eine gemütliche Couch! Komm schon! Okay, komm mal! Vielleicht habt ihr ja Glück, so! Ah, Icky! Du hast heute echt Glück! So! Hab ich eine Couch gewonnen? Du hast ein Sofa gewonnen! Also eine Couch! Ist ja sowas, so! Industrie... Keine Ahnung, wie das heißt, Alter! Ich kann das nicht mal lesen! Oh! Ich glaube, passt das überhaupt rein? Oder musst du deine Grube jetzt erweitern? Du musst nach unten bauen! Warte! Kann ich auch zur Seite bauen? Ein bisschen, aber nicht zu viel! Ein bisschen! Okay! Wenn du nach unten greifst, dann kannst du auch in die Seite! Ey, warum kriegt eigentlich Icky alles? Ganz ruhig, Opa Jenkins! Ich... Das ist halt alles Glücksrad hier! Je nachdem, wen ich treffe! So! Deswegen geht es jetzt hier auch schon direkt weiter! Und... Wann habe ich jetzt getroffen? Ich glaube, ich habe dich auch getroffen, Opa Jenkins! Ja! Gib mir was! Was zu essen! Guck mal, Opa Jenkins! Ich habe dir seit zwei Jahren immer Essen versprochen! Du kriegst jetzt zum ersten Mal von mir Essen! Und zwar... Das hier! Einen ganzen Korb voller... Zwiebeln! Was? Ich will was Leckeres! Einen Kuchen! Oder einen Döner! Irgendein Sandwich! Leider haben wir sowas hier nicht, Opa Jenkins! Du musst die Zwiebeln essen! Alter, Icky, was hast du denn gemacht? Mach's mir gemütlich! Es wird noch ein Fernseher! Haben wir einen Fernseher? Äh, wir haben einen Flatscreen-Fernseher, ja! Ja, ja, ja! Ey, wieso kriegt eigentlich Icky mal alles? Ich habe hier noch gar nichts! Äh, Andy, chill mal! Das ist alles ein Glücksrad hier! So, auf Levin treppe ich jetzt! Der Fernseher! Wer kriegt den Fernseher? Der Fernseher! Und? Andy! Tut mir leid, Icky! Andy kriegt den Fernseher! Oh Gott, was? So! Andy, du kriegst den Medium-Flat-TV! Der ist richtig cool! Ja, Mann! Let's go! Endlich, Alter! So! Dann kriegt Andy das! So! Was haben wir denn als nächstes? Wir haben... Zur Auswahl steht... Ich muss aufs Klo! Ich muss aufs Klo! Du musst aufs... Aufs Klo? Äh... Toilette? Also, du könntest jetzt in der Dusche kriegen! Oh, ich kann auch in der Dusche! Oh Gott! So was machst du, Icky? Bah! Das machen wir alle! Komm! Okay, jeder hat das schon mal gemacht! Aber okay! Ich hab keine Toilette, aber eine Dusche kann man gewinnen! Die könntest du eventuell haben! Okay! Let's go! Und? Äh, tut mir leid, aber ich hab Opa Jenkins getroffen! Was? Ja! Wo soll ich denn hinmachen? Hier ins... Warte, oder was? Äh, mach dir ne Grube halt! Und mach da drin! So, Opa Jenkins! Deine erste eigene Dusche! Ja, Mann! Ich hab noch nie geduscht! Ja, das... Äh, Icky? Warte mal! Äh, hast du grad gestrollert? Icky! Oh mein Gott! Ey, Privatsphäre! Nee, nix Privatsphäre hier! Oh mein Gott, du bist so eklig, Icky! Habt ihr das gesehen, Freunde? Alter, Icky! Ey, Privatsphäre! Bah, das riecht mal bis hierhin, Alter, Icky! Du bist so ein ekliger! WTF! Oh mein Gott! Alter, mein Wigges hat einfach eine Premium-Regendusche bekommen, dieser Glückspilz! Oh Gott, Alter, was ist denn hier los? So, ihr könnt jetzt anfangen, weiter euer Loch zu erweitern! Mach mein Loch jetzt weiter! Icky, wie sieht's eigentlich bei dir aus? Ich mach größer! Ich hab noch gar nix, Alter! Ich hab nur ein Bett und Fernseher, Alter! Was ist das für ein Ding, Alter! Äh, Danny, Alter, ich will mehr Sachen! Chillt mal! Ganz ruhig jetzt! Baut eure Löcher weiter! So! Keine Widerrede mehr! Okay, dann mach ich hier, 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 hier! Ruhe da hinten, Andy! Schrei nicht so rum! So, ich bin fertig! Mein Loch ist fertig, jetzt gib mir ein paar Sachen! Danny, wo machst du eigentlich hin? Äh, Andy! Äh, boah, ich glaub, ich mach hier auch so ein Loch wie du, Alter! Der will uns ja auch keine Toilette und nix geben, dieser gierige Dandy, Alter! Der nervt! Ist so! Ich mach hier einmal für groß ein großes Loch und für klein mach ich hier so ein kleines Loch! Let's go! So, ich baue jetzt meine, meine Höhle oder mein Loch weiter aus! Oh Mann, Opa Cengiz, du Glücksbittest, Alter, ist einfach eine Regendusche, Alter! Ja, let's go! Kann ich die mir ausleihen? Nein, Niki! Ich hab seit, äh, zwei oder drei Jahren noch nie geduscht, seitdem ich auf der Straße gelandet bin! Dann dusch doch und dann gib! Äh, okay! Machen wir so! Ich will aber was zu essen dafür haben! Äh, Handeln ist verboten! Das dürft ihr nicht! Habt ihr verstanden? Sonst gewinnt ihr die Challenge nicht! Ruhe! Kein Handeln! Opa Cengiz... In der Nacht! Ja, ja, in der Nacht! Ich hab das gehört! Hä, wir haben gar nichts gesagt! In der Nacht! Äh! Ich hab meine Dus... Oh nein! Ich hab meine Dusche kaputt gemacht! Oh nein! Oh, ich geh! Opa Cengiz, warte, lass mich mal kurz gucken! Schreib mal her, ob... Opa Cengiz, was ist aus seiner Dusche geworden? Die ist aber kaputt! Lol, der hat aber keine Dusche mehr und ihr könnt nicht mehr handeln, Niki! So, weiter geht's hier! Ruhe! So, ich hab ein Computer, ein PC, ähm, äh, inklusive einem Stuhl und einem Monitor mit Tastatur und Mars! Wer will das haben? Ich, 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 ich! Du bist Gaming? Ja gut, du bist auch YouTuber, Niki! Du könntest das gebrauchen! Oh, dann wünsche ich dir viel Glück! Ey, wieso kriegt Niki das? Ich hab gar nicht gesagt, dass Niki das kriegt! So, ich hab nur gesagt, zu ihm wird das halt sehr passen! So! Let's go! Und... Ratet mal, wer es bekommen hat! Komm schon, komm schon, komm schon, bitte! Niki, tatsächlich! Niki, du hast es bekommen! Let's go! Ja! Gaming Setup! Das haben wir schon immer gewählt! Oh mein Gott! Let's go! Hier zack, zack und zack! Alter! Es ist die Frage, was willst du drauf zocken, Niki? Hast du eine Idee? Counter-Strike! Komm, was? Das spielt doch keiner mehr heutzutage! Klar! Nein! So was spielt man nicht! Spiel mal GTA oder so, das ist viel cooler! Dota! Dota? Wer spielt Dota? Niki, komm mal hier rein! Voll gemütlich! Ich weiß nicht, ich komm da nicht mehr raus, Niki, du bist schon so tief in der Grube! Okay! Ich mach jetzt! Wer will... Wir haben jetzt hier noch, äh, einen... Was ist das? Dingsbums hier, so ein Spieleapparat und ein Billard-Tisch! Ich glaube, das werde ich jetzt verlosen! Let's go! Und... Bäm! Andy, du hast einen Billard-Tisch bekommen! Passt du überhaupt da rein? Ja, Mann, geh mal her, Alter! Ich liebe hier Billard! Let's go, Alter! Ich hab sowieso keinen Platz mehr bei mir! Egal! So! Hier! Oh mein Gott! Weißt du was? Andy, ich nehme noch das hier! Aber erzähl niemandem was, okay? Alles klar! Okay! Ich muss... Hab ich es gehört? Äh, wir haben gar nichts gesagt! Chill mal, Niki! Ganz ruhig! Ey, meine Grube ist so leer! Mein Bett und meine Dusche sind weg! Alter, Jenkins, chill mal jetzt! Ey, Alter! Opa Jenkins hat nur einen Korb mit Zwiebeln! Alter, ist so lustig! Oh mein Gott! So! Was haben wir noch? Einen Kühlschrank, Essen und eine Kommode! Ich glaube, ich verlose jetzt den Kühlschrank zusammen mit Hummern und Fischen, die man essen kann! Sehr gesundes Essen! Und was noch? Einen Bonuspreis, okay? Einen Bonuspreis! Okay! Dann wollen wir mal... Und den Bonuspreis kriegt... Icky! Was ist der Bonuspreis? Das hier! Was ist das? Ah! 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 Alter! Viel Spaß mit deinem... Viel Spaß mit deinem Kumpan und du musst noch ein bisschen aushalten! Die Challenge ist gleich vorbei! So! Äh, Opa Jenkins, vielleicht kriegst du ja hier was Richtiges zu essen! Tatsächlich, Opa Jenkins, du kriegst einfach... Hummer, edelste Küche! Das ist richtig krass! Hier, guck mal, zack! Und Fische! So! Oh, gib mir bitte den Kühlschrank, bitte, bitte! Äh, oh Mann! Ja, okay, aber sag den anderen nix, okay? So! Und Fische! Wo kann ich dich hin platzieren? Hier ist ja gar kein Platz, du hast ja gar keinen Platz, Alter! Endlich Essen! Viel Spaß damit! Ey, Alter! Andy, ich hab das gehört, du hast ihm was gegeben! Sei ruhig, Andy, du hast auch was von mir bekommen! So! Äh, ich hab Angst! Was ist los mit dir, Icky? Du hast ein PC, du hast ein Heubett, was willst du eigentlich mehr? Wie soll ich denn da spielen jetzt? Äh, oh Gott, jetzt regt das noch! Äh, Leute, ich hab noch ein Lagerfeuer hier zu verlosen! Zwei Stück, braucht ihr das? Um euch zu wärmen? Okay! Dann wollen wir mal die zwei Lagerfeuer verlosen! Einmal gewinnt ein Lagerfeuer... Icky! Yes! Und das zweite Lagerfeuer... Andy! Okidoki! Okidoki! Dann wollen wir mal! So, kann ich das hier wegnehmen? So! Let's go! Friert ihr? Ist es euch kalt? Ja! Es ist echt kalt mit dem Regen! So, hier einmal ein Lagerfeuer für dich, Icky! Oh, guck mal, wo ich es hinmache! Sag mal! Wo hast du es hingemacht? Ich seh's nicht! Such! Ah! Das ist schlau! Das wird dann nicht ausgehen! So! Opa Jack, es tut mir echt leid, Alter! Ich bin das schon seit Jahren gewohnt! Oh Gott! Opa Jack, es tut mir echt leid, Alter! Andy! Hier ist dein Lagerfeuer! Warte! Ey, mach's mal hier in die Ecke, okay? Okay! Warte mal! Warum soll ich für dich arbeiten? Mach jetzt einfach, sei ruhig! Okay! Hier ist das Lagerfeuer! Viel Spaß! So! Ach Gott! Wie komm ich hier raus? Hier ist ein richtiges Parcours bei dir, Andy! Zack! Okay! Wir sind eigentlich so gut wie fertig! Leute, wir haben nur noch einen alten Fernseher und eine Kommode zu verlosen! Danach ist die Challenge vorbei! So! Den alten Fernseher kriegt der alte Opa Jenkins! Ja, endlich! Elt für alt! Kann ich meine Lieblingsserie von damals gucken! So, Opa Jenkins, hier der Fernseher! Wo ist der? Oh Gott! Der muss doch hier irgendwo sein! Äh! Opa Jenkins, der Fernseher ist einfach despawnt! Es tut mir leid! Der ist weg! Das geht leider nicht! Oh Mann! Ich hab so viel Pech! Und wir haben hier noch eine Kommode! Äh, Icky, brauchst du noch eine Kommode? Ich hab keinen Platz mehr! Oh, egal! Wenn du gewinnst, musst du ihn nehmen! So! Eine Kommode für... Icky! Und für Andy! Hier! Kam, wo du es hin tust! Oh Gott! Dein Loch da ist echt eklig! Icky! So! Und hier Andy für dich! Alter! Was soll ich denn damit, Alter? Gib mal ein bisschen Geld oder so! Ruhe, Andy! Chill! Ich hab kein Geld! Hast du nicht gesagt, es gibt einen Preis zu gewinnen? Äh! Das hab ich nur gesagt, damit die euch schön anstrengen! Denn es gibt gar keinen Preis zu gewinnen! Was? Die Challenge war einfach Spaß ab! Freunde! Hey! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da! Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schaut bei Icky vorbei und wir sehen uns da beim nächsten Video! Tschüss! Du Lügner! Ich bin kein Lügner!